Es regnet in Homs. Vor der Leichenhalle des Nationalen Militärkrankenhauses haben sich Soldaten, Arbeiter, medizinisches Personal und Angehörige versammelt. Die Hände in den Taschen vergraben, warten sie, um drei Toten, zwei Soldaten, einem Polizisten das letzte Geleit zu geben. Elf Menschen waren am Tag zuvor bei einem Mörserangriff bewaffneter Gruppen auf einen kleinen Bus ums Leben gekommen. Der Anschlag ereignete sich auf der Straße des 16. Oktober. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Drei Särge stehen am Boden, davor jeweils Uniformierte mit einem Kranz. Die Mitglieder einer Kapelle warten auf ihren Einsatz. Ein Kommando ertönt, die Särge werden angehoben, die Kapelle spielt den Märtyremarsch. Ein Trompeter bläst das letzte Lebewohl. Die Frauen trillern zum Abschied. Eine Mutter weint laut auf und ist kaum zu beruhigen. Langsam setzt der kleine Zug sich in Bewegung. Die Särge werden in bereitstehende Kleinbusse geladen. Jeder wird in sein Heimatdorf gebracht, um dort beerdigt zu werden. Kurz darauf liegt der Platz wie verlassen. Einsam hängt ein großes Bild von Präsident Bashar al-Assad über dem Eingang der Leichenhalle. Eingerahmt von syrischen Nationalfahnen mit den Symbolen des Staates und der Armee. Seitlich ist der Eingang zu dem Raum, in dem die Leichen gewaschen werden. Ein starker, süßlicher Geruch strömt heraus, müde blicken drei junge Arbeiter in die Kameras der Journalisten. Auf dem Boden liegen große schwarze Plastiksäcke, darin die gänzlich verbrannten Überreste vier weiterer Menschen, die bei dem Anschlag am Vortag getötet wurden. Ein Überlebender des Angriffs ist der Soldat Jamal Mustafa aus Homs. Nur sein Gesicht und seine Handflächen sind zu sehen, wegen schwerer Verbrennungen ist sein ganzer Körper verbunden. In Sekundenschnelle haben die Kameras von CNN, ARD, BBC und anderen das Bett des Mannes umstellt. Personal und Angehörige müssen weichen. Zur Seite gedrängt ist auch Ghassan al-Assad, ein Cousin des Verletzten. Ich habe eine Botschaft an die ganze Welt, sagt der sichtlich erschütterte Mann mit tränenerstickter Stimme abseits des Getümmels. Ohne Bashar al-Assad wird es keine Freiheit für Syrien geben und ohne die syrische Armee werden wir keine Sicherheit haben. Die Herzen aller Syrer seien gebrochen, sagt der Mann und ringt nach Worten. Ich frage Obama, Sarkozy, Hamad, warum geschieht das alles hier? Warum? Syrien ist unser Land. Wie viele Syrer wirft auch dieser Mann den USA, Frankreich und Katar vor, bewaffnete Gruppen in Syrien finanziell zu unterstützen und von einer Verhandlungslösung abzuhalten. Als der Kameraansturm vorbei ist, tupft Ghassan seinem schwerverletzten Cousin vorsichtig den Schweiß vom Gesicht, dann stellt er sich neben ihn auf für ein weiteres Bild, von dem er hofft, dass es die Herzen anderer Menschen erreicht. Vor dem Eingang zum Operationsraum wartet der 31-jährige Fadi Thome. Am Morgen hatte er seinen verletzten Nachbarn gebracht, nachdem Soldaten einen Entführungsversuch des Mannes verhindert hatten. Die Ärmel seines Pullovers sind blutgetränkt. Die Hauptstraße, die an ihrem Viertel Beb-Tadmur vorbeiführe, sei sehr gefährlich, berichtet Fadi Thome. An der Universität von Homs habe er Medienwissenschaften und Journalismus studiert, Arbeit habe er nicht. Bewaffnete schießen auf uns, wenn wir die Straße überqueren wollen. Unser Leben ist reiner Terror. Niemand wisse, wer sich hinter den Masken verstecke. Rund um die Uhr schüchtern sie die Bewohner ein. Alle Syrer wollten wirtschaftliche und politische Veränderungen im Land. Doch mit Demokratie und Freiheit hätte das nichts mehr zu tun, sagt er. Die Fahrt geht weiter. Auf der berühmten Turmuhr am Ohrenplatz im Zentrum der Stadt stehen die Zeiger auf kurz vor zwölf. Jeden Freitag versammeln sich hier viele Demonstranten gegen die Regierung. Für die Oppositionellen in Homs ist der Platz zum Symbol der syrischen Revolution geworden. Hinter der Dalati-Moschee beginnt das Stadtviertel Al-Hamidiyah, in dem viele Christen leben. Der mächtige Journalistenbus behindert den Verkehr erheblich, als er mitten auf der zentralen Hamidiyah-Straße stehen bleibt, die quer durch das Viertel zum Tatmur-Tor führt. An den Straßenecken wachen Soldaten hinter aufgetürmten Sandsäcken. Andere regeln den Verkehr und helfen der Bevölkerung bei der Überquerung der Hamidiyah-Straße. Ernst blickt ein Soldat unter seinem Helm, doch bei dem freundlichen Zuruf der Anwohner huscht ein strahlendes Lächeln über sein Gesicht. Ununterbrochen ist Gewehrfeuer zu hören. So gehe das jeden Tag, seit Monaten schon, erzählen zwei junge Frauen, die ihren Namen lieber nicht nennen möchten. Unser Leben ist gut, solange hier keine Bomben explodieren oder mit Mörsergranaten geschossen wird. Er habe sich irgendwie daran gewöhnt, meint ein junger Mann, der einige Straßen weiter um die Ecke biegt. Bahic Massur, 21 Jahre alt, stellt er sich höflich vor. Demonstrativ hat Bahic Massur das bunte Kragenfutter seiner Winterjacke nach außen gekehrt und ein goldenes Kreuz angeheftet. Er studiere im vierten Semester Tourismus, sagt Massur. Schon mehrmals sei er auf dem Nachhauseweg von der Universität bedroht worden, erzählt er. Man habe ihn aufgefordert, sich den Protesten anzuschließen, sonst ergehe es ihm schlecht. Wer diese Männer seien, wisse er nicht. Sie hätten immer Masken getragen. Es sind vermutlich arme Männer, die diesen Aufstand machen, sagt Massur. Er stehe auf keiner Seite. Viele hätten schlechte Erfahrungen mit dem Regime gemacht und sicherlich seien ihre Forderungen gerecht. Doch das werde vom Ausland ausgenutzt. Wir leben doch im 21. Jahrhundert. Menschen sind auf den Mond geflogen. Wir haben gelernt, unsere Konflikte friedlich, im Dialog und mit Verhandlungen zu lösen. Das Gewehrfeuer wird lauter. Es ist Zeit für den Rückweg. Am Uhrenplatz hält der Bus noch einmal für einen Fototermin. Ein großer Mann am Straßenrand beginnt eine laute Rede, als er bemerkt, dass er von vielen Journalisten umgeben ist. Wir haben kein Leben hier, ruft er laut in Mikrofone und Kameras, die sich ihm entgegenstrecken. Ich bin 60 Jahre alt und mein Leben ist nichts. Die Journalisten sollten nach Baba Amma oder Kaldir fahren. Überall wird getötet. Als einige Journalisten ihn fragen, was in Syrien geschehe, überschlägt sich seine Stimme. Was fragen Sie mich? Fragen Sie den Präsidenten, was in Syrien geschieht? Andere Männer kommen hinzu. Und ermuntert von den vielen Kameras und Mikrofonen entsteht ein heftiger Streit. Schließlich löst sich die Menge auf. Die Männer verschwinden in einem Café. Die Journalisten verlassen die Stadt Richtung Damaskus. Der Zeiger auf der Turmuhr steht noch immer auf kurz vor zwölf. Die Journalisten verlassen die Stadt Richtung Damaskus. Vielen Dank.